Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling. Das heißt, hau den Lukas, du Depp! Außerdem, Martin hat es richtig gesagt, das heißt, hau den Mirko, wenn man es genau nimmt. Ich habe keinen Platz mehr für so viel legiert. Also der Zombie Dragon wird die große Unbekannte sein. Wenn der Mirko spricht, käme ich. Was ist das für eine Hose? Eine gute Hose. Meine Brüder und Schwester, das ist ja meine Frage und das ist die Frage des Lebens. Abrakadabra, wer ist wieder da? Der Jugo! Wer? Der Jugo! Ich höre euch nicht, wer? Der Jugo! Der Jugo ist wieder da! Der Jugo! Der Jugo! Der Jugo! Das war zu wenig für die Leute. Bitte nehmt ihr nochmals das Mikro! Die wollen mehr vom Jugo! Ja, der Grosk muss ich dir her, das verstehe ich. Denn ich bin der Zalega-Kollega. Eisgott der Triller. Ultimative Lady Killer. Die Nummer eins, der Krieg von Unterkrieg. Und wie ist der Warung? Was, was? Wenn ich der Jugo bin, hast du das? Wenn ich der Jugo bin, dann ist das alles geklärt. Jetzt kennen wir uns wieder aus. Warte, da ist noch der Fetzen muss weg. Was ist da? Okay, das werden sie weg, das werden sie weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, los. Jetzt warten wir um. Ja, solche Klüppchenbildungen, also so Taggames kann es immer wieder geben. Ja, zwei gegen eine ist unfair. Ja, das sind Szenen von einer US-EG-Station. Wunderschöner Kick! Ja, der Zombie-Traden hat wirklich ein gutes Arsenal. Ja! Wer kommt Junge? Hier kommt Junge! Juhu! Juhu! Ja, dann Jugo haben! Ja, und so endlich, dass der Meister sind auf dem Sechster. Jugo gewinnt! Ja, Jugo! Ja, Jugo! Ja, Jugo! Ja, Jugo! Komm schon, Jugo! Komm schon, Jugo, komm schon! Giooang! Ja! Ja! Mach es nicht! Ja! 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 Dann kommt's viva aus der Masse, es ist nicht sai! Ja! Mit einem Zahnbergang! Oh, okay! Ja, geht das für Auffern Lake! Ehhhhh! Und Marlton Bin! Das ist ein Zahnbergang! Die Schaffstall! Ja, sie hat sie nicht mit Friesbein gemacht! Die Schaffstall! Hallo! Hallo! Die Rose schaut zum Trinz hier. Das ist ja kein Wunder. Martin wird verblüht. Bravo! 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 Woh! Hey, komm Junge! Hey, komm Junge! Hey, komm Junge! Ja, komm! Ja, komm! Oh, weiter! Oh, weiter! Oh, weiter! Was ist das denn? Wir kommen weiter! Wir kommen weiter! Wir kommen weiter! Jugo! 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 Super Kick! Super Kick! Super Jugo! Und der ist... Au! Au! Weht auf mein Bier! Magst du was? Oh oh! Der Zombie trägt! Oh oh! Der Kick hat gesessen. Ich hatte ja jetzt weniger. Vorne will ich wieder untersetzen. Sehr gut! Deswegen auch der Martin Payne. Schön, dass er einen sind. Fritt! Yes! Oh! Oh! Geht ab! Jugo, Alter! Ja! Der German Klubke hat gesessen. Ich mein... Als Anführung... Jugo, Alter, ist ein bisschen schwach. Ja! Ja! Ja, Jakob! Ja, Jakob! Erst Martin, was ist? Steh auf! Wir haben noch gesunde Zeit. Nein, Zeitlinzbild. Ja. He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He! Da ist kein... Ist alles erlaubt! Wir haben ein No-Rules-Match. Es ist ein Titelmatch. Alle in den Regeln. Es ist alles erlaubt. Auch das Hirn ist erlaubt. Es geht um einen Titel. Bei unseren Titeln kämpfen wir aufs Knochenkasten. Wo sind die Jugendlichen? Wir brauchen eine Unterstützung. Die Jugendlichen sind eine Unterstützung für die Jugendlichen. Wir brauchen ein Titel. Ehe vor einem Sitzen, der Kick ist telegrafiert gewesen. Das ist ein Aufgabegriff, Junghoff, da kombiniert ein Aufgabegriff. Aber es ist ja noch ein Dritter im Spiel, so ist es nicht. Fast war der Titel verloren gegangen. Aber unglaublich, dieser Zombie-Dragon, was der für Arsenal hat. Das Arsenal ist im Dritten, wir sind in 15, 16, entschuldige. Jakob, relax, enjoy! Oh, ein wunderschöner Taktik von Martin Bale. Ich habe nicht gesehen, ob es ein Job oder ein Ohr, aber ich habe nicht gesehen. Es ist nicht so voll die Föder. Ja! 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 Und worum das ist, wie man sieht! Ja, ja! Aufgabe wird tot! Oh oh! Keine Aufgabe! Ja, ja! 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 Ja, das ging auf den Oberarm. Und der King in der Poch. Ich glaube, er kann nicht leiden. Was? Was für ein Team! Was ist das für eine Zahn? Schlechter Zahnarzt. Nicht so mit Höhen, so. Just for the translation for Zombie Dragon, the audience sings Unida, the Dead Adventist. Jugo, Jugo! 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 Jugo steht schon wieder an. Sobald eine Sohle wieder die Mattenfläche berührt, ist der Karten der Karten. Olippy! Ohhhh... Geh gonna auf das King! Der hat gesessen. Ooooohhhh... Der hat gesessen. Scheicing... Karate Yugo oder was? Aaaah... Die W STAR CURines niveliert! Jaahh! Und dann war das Yugo-Ju-Ju! Jugo! Jugo! Ohhhh... Also die 60 Kilo plus, aber auf einen Haxen. Ja, mein ich auch. Ja, Schmerzen haben sie alle. Ja, eine halbe Stängern. Ja, die Formen sitzen nach wie vor. Der war daneben, aber in Wirklichkeit ist es wurscht. Hauptsache es liegt. Deswegen heißt es Triple Tread Match. So. Wie hat das Nächste passiert? Mach mal jetzt Tringereien, mein Scheiß. Ich weiß das. Ja, die wollen nicht, dass du redest. Das verstehe ich, aber das nervt trotzdem. Au. 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 Also zu früh. Au. 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 Chops. Chopsui kann man sagen. Was für ein Jobbettel? Job kein Eck, ja. Doppel-Jobble von Jobbolo-Dopple, oder was? Hey, Ander! Geh'n Gott, schau! Was los! Ja! 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 So langsam die Oberhandstadt. Huuuh, jetzt haben sie zusammengearbeitet. Zusammen haben wir eben gearbeitet. Jaaaaahhh! Danke auch! Und dann hat Gonum mal so eine Quillständigkeit in die man sich eingesetzten hat. Was ist das? Ja! 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 Mirko, du musst aufstehen, der Jakob hat geprüft. Der Jakob ist der Meinung, dass der Mirko aufstehen soll. Ah, bei 7 sind wir schon. Ah, Mirko steht. Ein unglaublich gutes Mensch. Was für ein Mann? Schaut mich immer aus, ich bin so beleidigt zuerst. Ja, weil es kein Ringkong hat. Das ist ja wurscht. Ich muss das so probieren wie der Jugo, wenn ich es so halte. Wunderschöner Bulldog. Der Kick hat gesessen. Der Kick hat allerdings auch. Ja, der Subti. Der Subti möchte alleine zu entfernen. Für die Österreicher. Ende. Follow Wesleyan. Deswegen gehört der Martin zur Europas Spitze. Steig! Der Leipkos, äh, ist geschlossen. Schöner Schöner. Danke. Okay, der Mirko macht Schuss! Beintreiber! Super ausgeführt! Da wackelt's im Knack. Ja, ist jetzt der WU, der Summer Post. Nein, jetzt WU, WU, Dunn. Busten. Ja, die Schuss! Schöner! Schick den Drachen fliegen! Drachen fliegen! Na gut. Schie empfang! Schie empfang! Schie empfang! Es ist der Mirko und nicht der Schie empfang! Sphill! Und umgezählt! Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, bein, Tprep! Schie master meningiter dem Kampf und weiterhin Österreichischer Champion. Unser Jugo Petrugo Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Brutalität ist der zweite Name. Was ist das für ein Name? Brutalität Das ist ein guter Name. Und wisst ihr warum? Das ist ein guter Name. Und wisst ihr warum? Das ist ein guter Name. Wenn ich den Jugo bin.